dreh mich um beziehungsweise rausgehen der frisches gerade hat keinen ton gesagt und ich habe erst mal so angefangen zu schreien weil ich mich so erschreckt habe ich hätte gerade umbringen können hat denn wir den schock meines lebens verpasst unglaublich danke ihr beiden ich hätte nicht umbringen gerade unglaublich unglaublich hier nehmen wir einfach mal an so ich möchte aber eigentlich mal das hier bin ich einmal kurz ja ich müsste eigentlich einmal nach bre guck jetzt aber einmal nach dahinten da noch irgendwas ist nicht dass vielleicht die vip belohnungshändlerin hier irgendwo rum stromart ich es aber einfach nicht gefunden habe aber nee aber es gibt hier noch mehr quests werdet ihr euch mein leid anhören dürfte ich euch einen moment eurer zeit stehlen da brauche aber scherpen dürfte ich euch einen moment eurer zeit stehlen ich gehe mal nicht von aus dass das hier freundlich gesinnt ist okay ja dann muss ich einmal nach bre dann muss ich einmal nach bre wie kann ich euch zu diensten sein wesprich schnellreise ich gehe mal nach bre ich gehe mal nach bre Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dat doi, jetzt krieg ich's natürlich doppelt. Jetzt hier weg brauch ich nicht doppelt, das kann alles. Okay, das ist beides fürs Haus. Das hier. Ruf der Verteidigung, okay. Ich reite mal ganz kurz weiter. Schlepp, ey. Tada. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele haben wir noch? 6. Ja, Mensch. Ich hab'n neues. Ich hab'n Rehkitz. Oh mein Gott, ich hab'n weißes Rehkitz. Oh mein Gott, wie cool. Jetzt muss ich einfach kurz ordnen, was ich hier behalten will. Das will ich behalten. 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 Der Rest wird weg. Oh mein Gott. Ein Albino, ja. Voll cool. Vor allem, jetzt sind tatsächlich mal andere Sachen drin, ne? Das ist auch wieder was anderes. Ganz ehrlich, mir reichen aber die beiden. Ich denke mal, dass ich dann im Level... Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wobei, bis 35 hab' ich ja auch noch das von davor gekriegt. Dass ein Level da den Unterschied macht. Naja. Ich will mich nicht beklagen. Ich freu' mich. Ich zeig'll. Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, ich hab gleich ein Maximum noch, wenn das so weitergeht. Vor allem, ich kann mir immer noch Schlüssel kaufen, davon mal ganz abgesehen. Ich hab immer noch was im Dingens. Ach du Heilige, was ich mir jetzt alles kaufen kann, ne? Ich hab einmal schon die 10.000 voll. Hallo, könnt ihr mir behilflich sein? Wie kann ich euch zu diensten sein? Den Ladendurchstuhl... Ah ne, das war falsch. Tauschen. Wie darf ich euch heute helfen? Einmal. Dreimal. Dreimal. Viermal. Pasststücke des Glanzes. 10.000. 10.000. Okay. Ähm... Das habe ich ja alles, ne? Roste der wilden Jügel. Roste der Wespe. Weiß ich, kann ich hier noch mit irgendwas anderes? Ne. Doch, hier kann ich noch mal. Hier gibt's auch noch was. Bei Myrte gibt's auch noch was. Wechsel. Ihr Werk. Ah, Fasanen, Wandschiff hier. Uh, neue Mounts. Okay, warte mal. Jetzt will ich ja mal gucken. Jetzt ist es soweit. Jetzt dreht sie völlig ab. Ist eigentlich gar nicht mal... Gar nicht mal herzlich. Und was ist mit dem... Oh mein Gott, es gibt eine Katze. Yup. Ist scheißegal, wie die Katze aussieht. Ist scheißegal, wie die Katze aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Oh. Oh, Katzchen. Oh. Katze. Wolfshund. Aber ich will auch, dass er eine Pferd haben. Warte mal. Ich möchte auch, dass er eine Pferdchen haben. Wie sieht dann wie das Jagdross aus? Ach so, okay. Ja, dann möchte ich erst mal Ross des Kernhäutes haben. Ach so, ich bin zu weit weg. Okay. Juhu, nochmal 4.000. Aber vielleicht soll ich erst mal aus dem Eim alles aufkaufen, oder? Ich meine, es läuft ja nicht weg. Such dir etwas Bestimmtes. Okay, jetzt habe ich noch ein Pferd nach. Juhu! So, wie viele? 4 neue Pads? 4 neue Pads und ein neues Mount. Bin ich irre? Nein! Bin ich süchtig? Nein! Habe ich nicht mehr eine Tasse im Schrank? Ja! Ja! Oh, ich liebe das Leben. Oh mein Gott! Ich bin überhaupt nicht kurz darauf. Ich weiß es nicht, Papa. Ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht verantworten. Ich glaube es nicht mehr, Alter. Oh mein Gott! Juhu! 10 Begleiter habe ich jetzt! Das rosa Schweinchen. Oh mein Gott! Die Schweinchen sind aber echt hässlich. Nur ein wenig verrückt. Na, wenn das so ist! Den Pads habe ich, ey! Okay. Ja gut, die Katze. Ah! Stimmt, wir haben ja noch eine Katze! Kurt, wo soll ich mit den ganzen Katzen hin? Scheiße! So. Rick, jetzt kommt erst mal weg. Warte mal, kann ich nicht? Einige, ich bin auch nicht mit den Katzen. Oberfläche. Mir. Bei den Katzen. Gefährten. Reiztiere. Sammlungen. Ähm. Uff, okay. Ah, und dann komm ich da direkt rein. Okay, und wie viele Pets hab... Äh, Mauts hab ich jetzt? 13 Mauts. Ja, als ich mit den Lotro angefangen habe, hieß es so, ja, das meiste kannst du dir spielen. Juhu. Wie das aber schon aussieht hier. Und hier? Na, hier oben ist noch nicht ganz so viel. Lol, es gibt sogar einen Baum. Man kann einen Baum als Pet haben. Oh, unten war es das Eichhörnchen. Ach, du grüne Neuner, es gibt so viele coole Sachen. Was ist das? Achso, das ist ein Drache. Ein Zirpakörper. Ein Esel. Es gibt echt viele coole Sachen. Okay. Oh, du Begrenzung. Achso. Weil ich da eine Begrenzung hatte. Ich glaube, ich habe einen Funken hinter. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich habe einen Staub und Funken hinter sieben Stücke gegen... Okay. Keine... Ach, dadurch vielleicht waren auch noch welche. Ja, sehr geil. Seid gegrüßt. Okay. Ich glaube, wir können wieder zurück. Ich habe genug geschoppt. Ich habe genug geschoppt. Ich habe genug geschoppt. Ich habe genug geschoppt. So, wie viel haben wir bisher von der Wände erledigt? Null. Wo haben wir uns die meiste Zeit aufgehalten? In Bré. Was haben wir da gemacht? Geschoppt. Ist auch überhaupt nicht übertrieben, diese Leiste, ne? Aber wer hat sich ausgedacht, dass man nur fünf Leisten benutzen kann? Wer? Wer gibt einem nur nur fünf Leisten? Ich brauche mehr. Alleine komplette Leiste für Pets. Ich weiß wohl nicht mehr, wo dann die ganzen Fähigkeiten sind. Wobei die, die ich wahrscheinlich am wenigsten nutze, die kommen wahrscheinlich weg irgendwann. Mit der Zeit. Okay. Gut. Apropos, wir haben uns das Pferd noch gar nicht angeguckt, ne? Was denn? Schau rum. Das hier. Das ist ein hübsches Ross. Das sieht echt hübsch aus. Gott, bist du hübsch. Okay. Kleiner Dari ist glücklich. Nice. Ja. Das sieht echt gut aus. So, jetzt habe ich hier noch dieses Aufgaben-Pack. Äh, Dinges-Pack. Ähm. Was hier? Ja. Kokoda. Äh, muss hier sein. Edelsteine. Äh. Wo habe ich die Rubine nochmal gebraucht? Die Rubine. Wo habe ich die nochmal gebraucht? Rubine. Also manchmal ist man echt blöd, ne? Ich weiß, dass ich die für irgendwas gebraucht habe, aber frag mich jetzt beim besten Winnie, was... Da! Gravierte. Gibt es das hier auch schon? Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein hier was mit Adamant kommt. Deswegen nehmen wir da einfach noch mehr von mit. Boah, aber die Musik hier ist so wunderschön. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik hier... Musik vernebt. Die lieblichen Klinge. Das hier ist echt mal eine richtig schöne und freundliche Gegend bisher. Außer da, wo wir vorhin langgegangen sind, aber da war es ja noch. Ich kann mal schreien. Ich komme gleich da hoch. Das sieht doch irgendwie so neu aus. Leute, hier kann ich jetzt... Ah, ne, das ist... Das ist eine Kuh. Kuhengarten-Kuh. Hier ist jetzt zwar gesagt, das ist ein Reh. Oh, okay. Ich meine, selbst Hirschkuh hätte ich noch verstanden. Selbst das hätte ich noch irgendwie verstanden, wenn man es so nennt. Kuhengarten-Kuh? Ja, okay. Überlass ich immer. Ich habe eh genug davon. Nein! Ich weiß, weil es... Nein! Nein! Ich weiß, wie... Habt ihr nichts getan? Muss ich überhaupt töten? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, wie значит, ich weiß, wie... Ich weiß, wie... ... wie... ... als ich... ... als ich... ... als ich... Nein, okay. Ich verstehe zwar nicht, wo wir Rehe töten müssen. Oh! Die jammern sogar, wenn man sie tötet. Das ist doch fies. Wer kommt auf die... Ich habe die Idee... Nee. Nee. Das wäre ja so, als wäre ich Patzen umbringen müsste. Geht ja voll gegen meine Prinzipien. Ich will keine süßen Tiere töten. Ochse! Ochse ist gut! Ich werde Bambi getötet. Ich soll Bambi töten! Das steht da! Das steht da, ich soll Hirsche töten. Ich tue doch nur, was man mir aufträgt. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise kann Bambi das ab. Hat doch schon seine Mutter verloren. Das muss nicht peisen, oder? Das muss nicht pesen, oder? Was ist der Mapa? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege gleich welche in die Löffel. Ich glaube, ich kriege gleich ganz, ganz gewaltig Ärger. Wir haben irgendwie ein Gefühl. Ich weiß es doch auch nicht. Die Frage hat sich meine Therapeutin damals auch gestellt. Wenn das gut ist. Oh, das ist in Therapie. Nein! Gott ist will, ist sie nicht. Aber. Keine Ahnung, ich bin als Kind so oft auf dem Boden gelandet. Sonntag. Eventuell. Oder. Montag oder Dienstag je nachdem, wann ich an den jeweiligen Tagen streamen sollte. Weil ich Angst habe. Ganz gewaltige Angst übrigens. Was meinst du deswegen noch hinten raus, lieber? Also hier spielst du auch zu Ende. Keine Angst. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Ich stelle mir auch die Frage, warum ich das Ding alleine angefangen habe. Scheiße. Ich hätte ja das Buch der Tat nochmal weitermachen müssen, ne? Ich bin zu blöd zum Nüsse essen, ey. Ich hätte ja fragen können, dann hätte ich das zusammen spielen können. Ja. Das ist mir hinterher dann auch eingefallen. Hinterher ist man immer schlauer. In der Regel. Also ich glaube, ich werde mich die Tage, entweder Sonntag, Montag oder Dienstag, mal hinsetzen und auf guter Tat mit euch machen. Und wie teuer sind denn diese Beschleunigungsdinger? Bezwinger-Taten. Beschleunigung. 100. Also eure Bezwinger-Taten. Eine Anwendung. Eine Anwendung. Fertigkeiten und Bezwinger-Taten. Fertigkeiten und Bezwinger-Taten. Na komm. Wollen wir uns einmal. Das machen wir dann auf jeden Fall nicht so, also beim nächsten Mal. Den zweiten Test spielen wir zusammen. Ja. Ja. Unbedingt. Ach, zu Grüne noch nicht, habe ich auch noch so viele Truhen. Geilige Straße. Ja. Eine kann ich nur öffnen. Hey. Back da. Ein. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Da ist auf jeden Fall so ein Pferdchen. Das ist aber für einen anderen Schau. Ja. 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 Ruhig im Lagerraum hinzu zu führen. Fünf. Na gut. Wir brauchen sowieso noch zwei Monate, bis ich ein Gehenhaus kaufen kann. Na komm. Fügen wir nochmal Platz hinzu. Gib der Katze was zu fressen. Hände an meine Maust. Leider kann man die nicht füttern. Oh. Das dauert immer so ewig lange. Immer wegen diesem Elkeweiler-Federcoat. eyeseluhiglou definitivlou. Die 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 die... Packst du nochmal in die Kiste. muss ich mich gerade so ein bisschen zurückhalten jetzt schon das gute tat zu machen das ist also langatmig noch goldschmiedekunst das ist wahrscheinlich auch goldschmiedekunst das auch vier alarmanten das ane wie wir gerade sagen wieder fehler code ach das ist eine von den scherpen okay das kannst du ich öffnen werde weg laden durchstöbern verma Bis zum nächsten Mal.